und hallo dass wir kommen Euro ja erzeugt er hätte sein und ich bin vorhanden die gerade bei der will mit der reichen dass wieder ein auf wie beim letzten video und nochmals berichtigen dass man kein verkehrt schnee weil ich am Ende dieses gesagt habe sondern es war so abbilden bluer so keine Blätter so keine weiße Blätterchen das war das sorgt aber wir spielen noch mal 50 50 das letzte mal verloren habe nicht wie den vorletzten video wo ich mit gewonnen habe scheiß gewitter gerade so wobei man computer arbeit richtig schocken ach du scheiß eier noch regen gewitter und so und ich zocke ein paar runden vorne halt das hätte ich nicht erschrecken kurz aber ist ja egal die runde vorne macht immer spaß da war er erzählen als ach du scheiße das war ja warm Junge in die Ritze rein oh da kann man super gut looten ich gehe jetzt da runter guck mal direkt hat einer sitzt oh wir sind die falsch ja dann bin ich hier runter wir sind die falsch ähm da ich mache erst mal kurz und klein go spasser alter plötzlich gleich richtig hartes gewitter neben mir richtig nervig während ich hier hart genervt werde beim zocken boah ich will doch eigentlich nur ein bisschen zocken damit ich mein spaß auf äh so windig draußen oh ich höre ich mal mein Fenster zu machen ich glaube es pisst gleich rein oh ja ich kann grad nicht ich nehme auf gewitter kannst du mal gar nicht weitermachen oh scheiß gewitter boah vor der haustür ist immer nervig und dann nimmt man auf ich hab das auch richtig unerwartet weil ich nehme das nämlich gerade auch hintereinander auf das ist nämlich das ich bin einfach nochmal auf die Aufnahmetaste gerückt das hier war ich auch mal grad mein anfang mal wieder so spontan wie wenn ich mir einen call was war das denn schon wieder verantworten hier guck mal hier meine Mauer kaputt kenne ich aus der DDR ne was was haha jetzt war ja ein paar DDR Witz hier machen Alter naja in der Ruhe da draußen jetzt mal boah das ist laut aber hier sind so viele Sprungbretter ich kann hier bis zu Spekistan mitspringen ich bin der einzigste der hier hinten gesandt ist oder was ja bin ich echt ich hab mich mal gegen das Team entschieden wie immer nagiere gerade da alleine gegen meine Team morgen wohl weil ich hier hinten nämlich meinen Loot finde den ich brauch auch nach oben drüber ist da hinter der Ruhe da draußen ich möchte jetzt ja aber mein mikrofon ist erstmal gar nicht neben mir also richtig richtig schlau mal wieder hier ja das ist windig ich sehe das gerade auch noch von meiner hau vor mir alter ich habe so viel Zeit zu looten heute hier scheiße meine Uhr wird alles betraut als ihr scheiße also gewitter wird auch immer doll von mir aus richtig nervig gerade weil ich nicht auf also das hier aufnehmen ich nehme dieses gerade auf ich nehme mal ganz kurz das einige Sturmgewässer ich nehme dieses hier gerade am was haben wir für ein Datum 22. ja Sonntag also Sonntag Sonntag der war doch einfach das Datum der Sonntag der war da habe ich das aufgenommen bei mir gewittert gerade heftig mega schlau was ich hier mache einfach einfach hier mal die ganze scheiße durchcammen nach alten was siehst du irgendwo ah die ist oben drüber da ist noch wieder ah man kann auch für 15 stacken äh grauer her brauche ich mal gerade nicht ich brauche nur Items Alter ich ich kann mittlerweile bis zu Spekistan schießen äh ich möchte einfach das die Wand äh äh alter der ist gerade genau vor der Hütte eingestangen ich kann nicht mehr gehen äh liebe Zuschauer ich muss das hier beenden danke fürs Zuschauen bis zum nächsten Mal äh 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 äh